Ich habe mich vor kurzem auf YouTube umgeguckt und ein sehr, sehr interessantes Video gefunden. Dieses Video nennt sich Sonoko nimmt das Apoptoxin 4869, drei mögliche Enden für Sonoko. Darauf möchte ich ein bisschen genauer eingehen, wie immer nach dem Intro. Was geht ab Leute, ich bin's Kaito Aker und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv-Konnen-Video. In diesem Video geht es ja um diese Theorien für Sonoko, über Sonoko, was mit ihr dann letztendlich passiert. Diese Theorien stammen aber nicht von mir, die wurden von einer anderen Person erstellt und ich gebe jetzt einfach mal meinen Senf dazu ab. Und ich möchte direkt vorweg sagen, es gibt Theorien, die einfach komplett sinnlos sind. Warum, weshalb, möchte ich jetzt gleich begründen. Natürlich werde ich bloß Informationen nehmen, die zum damaligen Erscheinen des Videos auch wirklich vorhanden waren. Es gibt einfach ein paar Aussagen, die ich jetzt schlicht und ergreifend negieren möchte, weil diese einfach nicht stimmen. Unter anderem ist da sowas gefallen wie Sonokos unwichtig, Kogoros, ein Joe-Charakter, wurde gesagt, dass das viele gesagt haben. Und mittlerweile bin ich auf dem Stand, dass ich sagen kann, dass ich die deutsche Detektiv-Konnen-Community und darüber hinaus sehr, sehr gut kenne. Ich weiß, wer Theorien macht. Ich weiß, wo und wie sich ausgetauscht wird. Und mir ist da eigentlich nicht zu Ohren gekommen, dass das eine größere Mehrheit gesagt hat. Ganz kurz und knackig, Sonoko ist nicht unwichtig, weil Sonoko die beste Freundin von Ranmori, einer Hauptprotagonistin ist und ihr stets den Rücken gestärkt hat. Gerade auch in Bezug auf Shinichi und immer an ihrer Seite war, wenn es mal etwas Trauriges gegeben hat. Und gerade weil sie aus der Suzuki-Familie stammt, das ist ja eine sehr, sehr wohlhabende Familie aus dem Detektiv-Konnen-Universum, hat sie mit ihrem Reichtum oft Fälle selbst gestaltet, kreiert, gerade in Bezug auf fast jeden Kaito-Kitt-Fall. Ja, weil der Generalberater der Suzuki-Familie immer sich irgendeine Schätzbarkeit bestellt hat, gekauft hat, diese ausgestellt hat und damit dann letztendlich Kaito-Kitt fangen wollte, ja. Also das Ganze ist schon sehr, sehr storyrelevant und verwurzelt. Jetzt zu Kogororos, ein Joe-Charakter. Kogororos, gar kein Joe-Charakter, weil Kogororor überhaupt eine Hauptprotagonist schlechthin ist, ja. Durch seine Detektei Mori ist es überhaupt möglich, Shinichi aka Conan überhaupt sich daran zu kletten, daran zu hängen, um dann letztendlich eine Anlaufstelle haben, um dann gegen die Organisation zu ermitteln. Und gerade auch in Bezug, dass er der Vater von Ran Mori ist, so eine kleine Streitigkeit hat, mit seiner Noch-Ehefrau, nämlich Erik Kisaki, haben wir auch nochmal zusätzliche Handlungsfehlen, die sehr, sehr wichtig sind, auch gerade in der Vergangenheit in Bezug auf Shinichi. Die Familien kannten sich ja auch schon, ja, weit vorher, bevor das Ganze überhaupt angefangen hat, schon seit dem Kindergarten, von daher ist das auch definitiv storyrelevant. Jetzt kommen wir zu einem Teil der zweiten Theorie. Dort wurde behauptet, dass es möglich sein könnte, ja, es geht ja immer in einer Theorie um Könnte, dass Sonoko aufgrund ihres Geldes, ja, weil sie ja sehr, sehr reich ist, aus einer reichen Familie stammt, dazu beitragen könnte, am Ende von Detektiv Conan, dass man Wissenschaftler engagiert, die dann letztendlich weiterforschen, um dann ein Gegengift gegen das Apoptoxin 4869 herzustellen. An sich ist es ein guter Gedankengang, ja, durch Reichtum kann man vieles machen. Das Problem ist auf der anderen Seite, dass Al-Haivera die Wissenschaftlerin schlechthin ist, ja, mit ihren Eltern Elena und Tatsushi, weil sie letztendlich auch die Giftdroge hergestellt haben, ja, das Apoptoxin, die sich da am besten auskennen. Das heißt, sie kennen grob die genauen Zutaten, die verwendet wurden, die Mischverhältnisse und so weiter und so fort. Das heißt, sie sind die am Bestbewandertsten, die für dieses Gift überhaupt in Frage kommen. Und wenn wir uns zurückerinnern, es gab nicht eine Aussage in Detektiv Conan, dass Al-Haivera ihre Forschung aufgrund fehlendes Geldes, ja, irgendwie, ähm, sanktionieren musste, beziehungsweise auch einschränken musste, ja, weil Agatha auch nicht gerade arm ist durch seine Erfindung, was wir auch ab und zu mal gehört haben, zumal sie immer noch ist, eine Miano ist und wenn es überhaupt mal eine Behauptung gegeben haben sollte, was nicht der Fall ist, wenn es vielleicht ja noch kommt, wir können ja nicht in die Zukunft gucken, hätte sie ja immer noch das Erbrecht, weil sie immer noch zur Familie Miano gehört. Jetzt gehen wir auf den sinnlosesten Punkt ein und da möchte ich wirklich wie im Ende widersprechen und zwar nimmt Sonoko das Apopdoxin 4869. Ich glaube ja schon mal in der Theorie, dass Ran das Apopdoxin 4869 nimmt, ja, äh, um dann quasi zu schrumpfen, um dann letztendlich mit Conan bis zum Ende ihrer Tage glücklich zusammen zu sein. Jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz wichtigen Sache. Jeder, der sich halbwegs mit Detective Conan auseinandergesetzt hat, ja, dazu muss man sich ein paar Bände durchgelesen haben, sich einfach ein paar Anime-Folgen geguckt haben und sich generell mit dem Manga-Kagosho auseinandergesetzt haben. Da weiß man ganz genau, dass das Ganze storybasiert ist. Das Ganze basiert storyrelevant auf, das eine baut auf das nächste auf und so geht es immer weiter, wie so eine Art Pyramide, ja, wie so ein Backsteinhaus, ganz einfach. Und es trotz dieses Apopdoxins ein Slice-of-Life-Anime ist, ja, das heißt, die Fälle sind in der Regel, ähm, real, sie kann man nachstellen, das Ganze sind halt auch Fälle, die meistens auf realitätsnahen Fällen basieren, ja, das heißt, da wurde sich relativ wenig frei dazu empfunden. Das Ganze ist also Slice-of-Life und, ähm, meiner Meinung nach ist es so, dass viele Charaktere, wie zum Beispiel Ai Haibara, ganz besonders Ai, also Shio Miyano oder aber auch Shinichi, Aka, Conan oder aber auch Sato, Takagi, Bourbon, also Amuro, so viele Leute, Wermut, wurden von ihrer Vergangenheit beeinflusst. Und gerade bei Todesfällen haben die Toten, ja, die Verstorbenen, eine extreme Auswirkung auf die Verbleibenden, sprich Azushi Miyano und Elena Miyano in Bezug auf Ai oder auch Akemi, die ja ebenfalls verstorben ist, gab. Des Weiteren dreht sich die ganze Detektiv Conan darum, dass es ein Gift gibt, welches relativ geheim ist, worüber nur wenige Bescheid wissen und jeder, der das Geheimnis kennt, getötet wird. Conan probiert alle zu schützen, damit halt dieses Szenario nicht eintrifft, zumal es auch sehr, sehr wenige Geheimnisträger gibt, weil jeder Geheimnisträger ein potenzielles Gefahrenrisiko birgt, dass letztendlich das Geheimnis des Giftes rauskommt. Das heißt, das ganze Detektiv Conan-Universum dreht sich um die Tatsache, dass der Grad der Leute, die darüber Bescheid wissen, sehr, sehr klein ist, zumal sich auch die komplette Detektiv Conan-Story darum dreht, wie kommt er jetzt nun letztendlich an das Gegengift, um dann wieder groß zu werden. Das heißt also, wenn es wirklich so sein sollte, dass es keine Möglichkeit gibt, dass er groß wird, Randes Apoptoxin tatsächlich nimmt und dann klein wird, sie könnten ja unter anderem ja auch sterben, würde das nicht mal ein Plotwiss sein, es würde das gesamte Detektiv Conan-Universum kaputt machen, weil schlichtweg alles, was wir gesehen haben, einfach sinnlos war und gar keinen tieferen Grund bzw. tieferen Sinn hatte, ja. Das ist so hart schlimm und warum sollte denn Sonuka das Apoptoxin nehmen? Gehen wir mal in dieses wirklich fernab, fiktionale, fiktive Universum, in der Rand das Apoptoxin nimmt, um dann letztendlich mit Shinichi, mit Conan zusammen zu sein, ja. Sie wurde geschrumpft, sie könnte aber auch sterben. Wir wissen, viele Leute sterben, es war ja eigentlich an sich ein programmierter Zelltod. Nicht umschrumpfen, das ist ein Nebeneffekt. Das heißt, die Chance, dass man geschrumpft wird, ist ja sehr klein. Nehmen wir mal an, sie nimmt es, sie ist da mit Conan Akashinichi glücklich zusammen. Warum sollte Sonuka es denn nehmen, wenn sie ihre beste Freundin ist? Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Dann nimmt sie es, ja, und dann wissen es alle, und dann müssten ja alle Leute, nur weil sie mit einer anderen Person befreundet sind, das Apoptoxin 4869 nehmen, ja. Da müsste ja in der Theorie, müsste ja dann auch die ganzen Eltern, Eri, Kogoro, Yusaku, Yukiko, Agasa ist ja auch mit Conan befreundet, müsste auch das Apoptoxin nehmen. Da müsste ja jeder, der irgendwie miteinander befreundet ist, Makoto müsste dann auch das Apoptoxin nehmen, weil er dann, ja, mit Sonoko mehr oder weniger zusammen ist. Da kann er auch mit seiner laufenden Rechnung nicht mehr bezahlen. Wenn er dann kein Karate-Champ mehr wird, dann wäre ja der Film auch komplett sinnlos gewesen, auch wenn es Noncon an ist. Wisst ihr, worauf ich hinaus wollte? Das Ganze ist schon so gemacht, dass das Ganze einfach einen Sinn hat. Und würde man jetzt mit so einer sinnlosen Aktion das ganze Universum eintreten, ich glaube, dass ich mit jetzt diese Aussage, das ist keine Theorie mehr, das ist einfach nicht mehr eine Fiktion, das ist keine Fanfiction, das ist einfach schlichtweg nicht möglich, ja. Dafür ist Gosch einfach nicht gemacht. Wir sind hier in keiner Science-Fiction-Welt oder sonst was. Wir sind hier nicht bei Bud Ugly Martians oder bei keiner Ahnung was, ja, oder bei Predator, wir sind hier wirklich in einem relativ nah angesiedelten Slice-of-Life-Universum. Und ich glaube, das Run, das Apopsoxie nimmt, ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Es ist nicht möglich, sage ich es jetzt einfach mal, es ist nicht möglich, ja. Wenn es so sein sollte, dann lösche ich meinen Kanal, Leute, dann hört ihr nie wieder was von mir, das ist nicht möglich. Und dass Sonoko, nur weil sie ihre beste Freundin ist, die Möglichkeit in Bezug nimmt, zu sterben, nur damit sie klein ist, sie kann ja auch befreundet sein mit einem kleinen Kind, oder sehe ich das falsch, ja. Also, vielleicht betrachte ich ja die ganzen Dinge aus einem falschen Blickwinkel. Lasst es mich bitte wissen, schreibt es in die Kommentare. Habe ich irgendwo etwas übersehen? Schreibt mir mal die Gründe, die dafür sprechen da rein, ja. Und schreibt mir mal die Gründe, die dagegen sprechen da rein. Und wenn ihr euch mal vielleicht eine kleine Liste auf ihr zu Hause macht, da werdet ihr sehen, es gibt kein mögliches Szenario, dass dann irgendwie alle das Apoptoxie nehmen, ja. Das wäre dann eine Kettenreaktion. So, mit Ran, bei Ran wurde ich so, da sage ich so im Entferntesten, im Entferntesten sage ich so, 0,001% ist es möglich, ja, weil es nicht zu 100% ausgeschlossen wurde. Aber es ist quasi ausgeschlossen mit dem gesamten Storyplot, den wir da haben in DetektivCon. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht, was zu 100% bestätigt ist, wegnehmen. Und es wurde nicht bestätigt, dass Ran das Apoptoxie nicht nimmt, wobei es sinnlos ist. Aber egal. Schreibt mir das in die Kommentare, vielleicht bewerte ich die ganzen Sachen falsch. Würde mich wahnsinnig darüber freuen. Ich bin ja immer ein Verfechter dafür, dass man Theorie machen kann. Man sollte Theorie machen, man sollte sich mit einer Thematik auseinandersetzen. Aber ich finde auch, wenn man sich mit einer Thematik auseinandersetzt, sollte das Ganze irgendwo auch stimmig sein. Und das, meine Lieben Leute, habe ich mal ganz kurz zusammengefasst, ist einfach mal nicht stimmig. Ja, das ergibt in keiner Art und Weise irgendeinen Sinn, außer der Punkt, man macht das für Freunde. Wobei nichts dagegen spricht, dass man auch mit einem kleinen Kind befreundet sein kann. Keine Ahnung, mit meinem Nachbarn hier drüben. Der ist vier Jahre alt. Dem sage ich auch Hallo. So, wisst ihr, was ich meine? Muss ich mich jetzt damit schrumpfen, dass ich dem Hallo sagen kann? So, und ich höre jetzt auf. Meine Lieben Leute, lasst es gut sein. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin wahnsinnig gespannt auf eure Meinung. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaido Akay. Ich bin wahnsinnig gespannt auf eure Meinung. Notämlich. Wir sehen uns ganz klar.